Hast du schon mal den gleichen längeren Befehl öfters genervt eingegeben? Oder dir eine kleine Statusleiste gewünschte, die Informationen zu dem Raspberry Pi oder anderen Linux-Systemen anzeigt? Vermisst du eine Info darüber, wie lange die Ausführung eines Befehls gedauert hat? Das und noch viel mehr geht mit blehsh. Wie das funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Zur Installation befinde ich mich hier auf einem Debian-System, nämlich einem Raspberry Pi 4 mit dem aktuellen Debian-11 Bullseye, wie ihr hier sehen könnt. Es klappt aber ebenso mit jedem anderen Debian-System und auch auf anderen Distributionen ist es relativ ähnlich. Beginnen wir zunächst mit der Installation der Abhängigkeiten, die wir auf dem System benötigen. Soweit das abgeschlossen ist, können wir uns das GitHub-Repository mit Git klonen. Und das Ganze mittels Make-Bauen. Das dauert einen kleinen Moment. Schlussendlich bauen wir das Ganze noch in unsere Bash-RC ein, damit das automatisch geladen wird. Und laden die Datei selbst mit Source einmal neu. Hier empfiehlt es sich parallel ein zweites Fenster offen zu halten, falls hier irgendwas schief geht. Aber jetzt ist das Werkzeug geladen und aktiv. Es greift nun zum Beispiel auf unsere Bash-History zu. Wenn ich jetzt hier mal PS eingebe, dann habe ich hier vorher mal im Verlauf diesen Befehl beispielhaft eingegeben. Muss nur noch Pfeil nach rechts drücken und der wird mir hier sofort in den Prompt eingebaut. Ebenso wie ich vorher das Raspberry Pi-Modell ausgelesen habe, da gebe ich einfach D oder bloß DM ein. Das zeigt mir das hier an. Pfeil nach rechts. Schön ist das drin. Enter. Und ich habe mir hier eben gespart, das hier komplett nochmal abzutippen. Vor allem, wenn man es dann auch noch falsch schreibt, hat man mehr Arbeit. Oder eben hier mit der Bash-History. Da könnte ich jetzt auch mit STRG-R gucken, was da drin ist. Das hier ist auch ein kleines Tool. FZF. Aber es geht auch ohne. Da ist es ein bisschen weniger komfortabel. Und hier eben jetzt suchen nach dem Befehl. Enter. Jetzt wird er hier eingebaut. Aber so ist es eben deutlich komfortabler, weil ich die Suche gar nicht brauche. Ich gebe einfach nur D oder DM ein, je nachdem, wie viel ich da in dem Verlauf drin habe. Pfeil nach rechts. Und schon habe ich hier sehr schnell einen Befehl nochmal ausgeführt. Der sucht aber nicht nur im Verlauf, sondern auch zum Beispiel in den Binärdateien, also im Dateisystem. Wenn ich jetzt hier UN eingebe, dann kommt hier als Befehl an alias. Oder auch an zip würde kommen, wenn es dann auf dem System ist. Dann kann ich hier mit Pfeil nach rechts mir auch das in die Konsole einfügen lassen. Das klappt auch bei Pfaden. Zum Beispiel möchte ich hier mir mal die etc. resolve.conf ausgeben. Da bekomme ich hier Vorschläge, was ich wohl meine. etc. f-step, nein. Da gebe ich jetzt res ein, resolve.conf, Pfeil nach rechts und habe, zack, den Pfad hier drin. Ebenfalls hilfreich finde ich, dass man den Exit-Code sieht. Zum Beispiel, wenn ich hier jetzt einmal echo abc eingebe und ich mache ein Grab auf D. Dann habe ich ja das Thema, dass hier Grab nichts findet, also gibt er ein Return-Code, also Rückgabewert 1 aus. Das sehe ich normalerweise nicht, aber dadurch, dass ich hier eben bleh habe, sagt er mir, oh, da habe ich hier einen Rückgabewert ungleich 0 bekommen. Den bekommen wir ohne das Werkzeug, bloß mit der Variable $? Oder Fragezeichen und sehen hier, das gab eine 1. Er zeigt das nur an, wenn der ungleich 0 ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal einen Grab nach A mache, dann findet er das. Ich bekomme hier das Ergebnis und habe eben den Rückgabecode 0. Das war nur die Grundfunktion. Man kann noch viel mehr machen und zwar in dem .file.bleh.rc. Das gibt es im Standard nicht, das müsst ihr anlegen mit dem Textleditor eurer Wahl. Ich nehme hier mal vim und habe mir hier mal eine vorbereitet, die ich euch auch im Portalartikel drin habe. Die könnt ihr von da kopieren. Mit dem Befehl bleh-reload, das bevorstehe ich dir hier auch, könnt ihr die neu laden. Aber Achtung, ihr könnt euch dort mit Fehlern in der Datei aus dem System aussperren. Deswegen würde ich empfehlen, bevor ihr das neu ladet, einmal eine zweite SSH-Sitzung aufzumachen. Da seht ihr nämlich jetzt auch schon hier die Änderungen, damit ihr im Fehlerfall reagieren könnt mit dieser zweiten Sitzung. Ansonsten könnt ihr, nachdem ihr das gemacht habt, auch hier einfach neu laden. Dauert einen kleinen Moment und jetzt seht ihr, wir haben hier einige nützliche Sachen aktiviert. Zum einen nehme ich diese Statuszeile, also die Prompt-Status-Line-Variable. Da habe ich mir jetzt mal mit so ein paar Smilies, also Emojis, damit es besser aussieht, den Kernel angegeben. Was haben wir hier für einen Kernel? Architektur. Mit dem Befehl eben habe ich mir aus dem Log auslesen lassen, welches Modell haben wir. Zeigt mir das hier an, wie viel Arbeitsspeicher ist verbaut, wie viel davon ist aktuell belegt und die Uhrzeit noch am Rande. Ebenfalls neu ist, dass ich eingebaut habe, dass er mir nach dem Ende eines Befehls, also wenn alles von dem Befehl ausgegeben wurde, eine Trennlinie zeigt. Da sehe ich sofort, was gehört zu welchem Befehl. Außerdem zeigt er mir immer die Ausführungszeit an. Das heißt, wenn ich jetzt einen Befehl habe, der länger braucht, zum Beispiel irgendwie Unsip oder sowas, können wir jetzt auch mal mit Sleep simulieren. Das er mal vier Sekunden lang einfach blockiert. Dann wird er hier gleich anzeigen, dass das Ganze eben vier Sekunden gedauert hat. Und so sehe ich dann eben immer bei den Befehlen, wie lange das gedauert hat. Klar, könnte man jetzt auch sagen, ich setze einfach Time davor. Das muss ich aber erstens im Vorfeld machen und zweitens eben bei jedem Befehl. Manchmal weiß ich ja gar nicht, dass das ein längerer Befehl ist oder der dauert länger, als ich erwartet habe. Und so sehe ich das eben immer und muss mich gar nicht darum kümmern, ob ich das jetzt im Vorfeld wissen möchte oder nicht. Dazu habe ich es auch optisch ein bisschen angepasst. Zum Beispiel Echo ABC. Das war hier gerade mein Beispiel. Wenn ich hier was grappe, was da nicht drin ist, dann kriege ich ja einen Fehlercode. Der wird mir hier mit einem Smiley angezeigt. Hier nochmal, welcher Fehlercode das war. Plus eben auch immer hier die Info, wie lange hat der Befehl gedauert. Hier sehe ich ihn auch nochmal, welchen er ausgewählt hat. Das finde ich auch sehr praktisch, wenn das ein Befehl ist, der ziemlich viel Ausgabe generiert. Dann kann das sein, das ist hier oben irgendwo und ich muss erst scrollen. Und so sehe ich eben immer, wenn der Befehl abgeschlossen ist, welcher Befehl war das denn eigentlich. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Config-Datei, wie ich das alles gemacht habe. Die Leiste unten hier, die wird als Prompt-Status-Line genannt. Da führe ich verschiedene Konsolenbefehle aus, die mir die Ausgabe liefern, was ich dort eben angezeigt haben möchte. Auf x86-System, da gibt es natürlich diesen Eintrag hier nicht. Dann müsstet ihr das rausmachen oder durch was anderes ersetzen, aber der Rest, der funktioniert auf jedem Linux-System. Dazu rufe ich hier eine Funktion auf, nämlich diese Custom Memory Time. Da geht es einfach darum, dass die Anzeige rechts unten aktualisiert wird. Das klappt nicht in Echtzeit, aber zumindest, wenn ihr was tippt oder wenn ihr was ausführt. Das Ganze soll links ausgerichtet sein, kann man natürlich auch anpassen, wie man das eben jeweils bevorzugt. Dann habe ich eben schon gezeigt, dass man immer ausgibt, wie lange ein Befehl gedauert hat, in Sekunden zum Beispiel. Das habe ich hier formatiert und man kann hier festlegen, was ist das Limit. Also möchte ich das zum Beispiel bei 100 Millisekunden schon sehen oder erst bei einer Sekunde, das könnte ich hier noch festlegen. Ähnlich hier beim Exit oder beim Fehlercode. Wenn eben der ungleich Null ist, habe ich das hier mal ein bisschen formatiert, damit das hübscher aussieht mit den Emojis. Zu guter Letzt noch diese Trennlinie zwischen den Befehlen. Wird Prompt-Ruler hier genannt und das könnt ihr wie gesagt alles anpassen. Das ist nur mal so eine Demo von mir und gibt es im Portalartikel zum Kopieren. Wenn ihr hier herumspielt, dann kann es passieren, dass die Änderungen nicht wie gewünscht angezeigt werden. Passiert nicht immer, aber hatte ich manchmal. Hier hilft es, wenn ihr einmal den Cache, der ist hier in der Variable playbase-cache hinterlegt, den einmal zu löschen. Das dauert dann immer ein paar Sekunden, aber dann musst du den Cache neu aufbauen und dann sollte es aber sauber funktionieren. Eine weitere Funktion könnte man hier jetzt gerade unfreiwillig sehen, nämlich hat hier der Befehl noch eine leere Zeile davor. Wenn ich das so einfüge, dann tut er es eben nicht direkt ausführen, sondern erkennt, das sind hier mehrere Zeilen. Fragt mich hier, möchte ich hier noch irgendwas verändern oder möchte ich hier mit STRG-J das Ganze einfach ausführen. Man kann das noch tiefergehend anpassen, zum Beispiel von den Farben her oder auch anderweitig mit neuen Funktionen erweitern. Im offiziellen Handbuch sind die Einstellungen dokumentiert und ich habe euch da im ULEFS-Portalartikel auch ein paar Links, wie ihr da weitere Informationen bekommt. Man kann übrigens auch so ziemlich alles deaktivieren. Wenn euch also eine Einstellung, wie zum Beispiel die Angabe von dem Exit-Code oder sonst was nicht gefällt, könnt ihr es einfach auf einen leeren Wert, also eine leere Zeichenkette setzen, dann wird das in den meisten Fällen abgeschaltet. Ich finde es praktisch, dass man gerade solche Sachen wie diese Auto-Ververständigung damit auch in der Bash-Shell nutzen kann. Da hat man sich ja von der Z-Shell so ein bisschen inspirieren lassen. Gerade sowas kann die ja schon eingebaut ohne Zusatztools, aber wer eben hier die gesamte Shell nicht wechseln möchte, der hat hier den Vorteil, dass man das so auch mit der Bash bekommt. Falls ihr noch weitere Tools sucht, wie ihr die Kommandozeile anpassen könnt, um sie besser und effizienter zu nutzen, schaut mal hier an der Seite. Da habe ich schon einige andere Videos gemacht, zum Beispiel zu FZF oder auch EXA. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.